Hallo und Willkommen zur Bauch-Talbstmassage. Lege dich in Rückenlage auf eine Matte oder auf einen Untergrund deiner Wahl. Schließe deine Augen und lege deine Hände auf deine Bauchdecke. Wenn du magst, lege ein Kissen unter deine Knie oder unter deinen Kopf oder lass deine Beine ausgestreckt, ganz wie es dir gut tut. Atme ruhig und entspann durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Du fühlst, wie sich deine Bauchdecke bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung wieder senkt. Lasse alle Gedanken, die kommen, einfach weiterziehen wie Wolken am Himmel. Halte sie nicht fest, sondern lass sie los und lass sie ziehen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit ganz zu deinem Bauch. Wie fühlt er sich heute an? Ist er weich? Ist er fest? Ist er vielleicht kribbelig? Oder ist er ganz ruhig? In der Schwangerschaft war er so wichtig, denn er hat dein Baby getragen und versorgt. Jetzt ist es Zeit, deinem Bauch Danke zu sagen und ihn mit Berührungen und mit Ölen zu versorgen, die ihm gut tun. Du liegst ruhig und entspannt. Spüre mit der Einatmung nach, wie die Luft in deinem Bauchraum strömt, dich mit neuer Energie versorgt und wie sie ohne Anspannung wieder ausgeatmet wird. Jedes Mal, wenn du ausatmest, spürst du die zunehmende Entspannung in deinem Bauch. Überlasse dich dem Gefühl der Entspannung. Spüre, wie die Hände auf der Bauchdecke ruhen und das wärmende Öl auf deinem Bauch immer angenehmer wird. Du atmest warme Energie ein. Du atmest alle Anspannung hinaus. Genieße diesen Augenblick für dich, für deinen Bauch. Beginne nun mit beiden Händen im Uhrzeigersinn, um den Bauchnabel zu kreisen. Genieße das warme Öl auf deiner Haut. Deine Hände kreisen langsam und achtsam auf deiner Haut, mit genau so viel Druck, wie es dir gut tut. Dein Atem fließt weiter tief in deinen Bauch hinein. Es fühlt sich angenehm und harmonisch an. Die Hände kreisen im Uhrzeigersinn. Du atmest tief durch die Nase ein und fest durch den Mund wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch bewegt und entspannt wird. Spüre, wie die Wärme deinen ganzen Bauch streichelt. Atme tief ein und wieder aus und komme nun mit beiden Händen auf deine Bauchdecke zurück. Halte nun mit einer Hand deinen Bauch sanft fest. Mit der anderen Hand machst du kleine Kreise. Wieder im Uhrzeigersinn, neben deinem Bauchnabel. Beginne beim Rippenbogen oben und arbeite dich nach unten Richtung Schambein vor. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wähle den Druck so, wie es dir gut tut. Spüre nach, wie stark darf der Druck heute sein. Wie tief darf die Massage heute deinen Bauch erreichen. Dein Oberkörper ist ganz entspannt und ruht auf der Matte. Die Schultern sind locker, der Nacken ist locker. Dein Atem fließt ein und aus. Wechsle nun die Seite. Die eine Hand hält nun deinen Bauch sanft fest, während die andere Hand in kleinen Kreisen im Uhrzeigersinn deinem Bauch massiert. Übe nur so viel Druck aus, wie es dir angenehm ist. Du bist ruhig und entspannt. Du atmest tief und frei ein und durch den Mund wieder aus. Genieße die kleinen Kreise auf deiner Haut und spüre, wie dein Bauch angeregt wird. Komme jetzt wieder mit beiden Händen auf deine Bauchdecke zurück. Nun beginnst du sanft und vorsichtig die Haut deines Bauches zu zupfen. Nimm die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfe rechts und links um den Bauchnabel herum. Beginne wieder oben beim Rippenbogen und arbeite dich langsam und achtsam Richtung Schambein hinunter. Du zupfst so fest, wie es dir angenehm ist. Du genießt diese Aktivierung. Wenn du eine Kaiserschnittnarbe hast und es dir angenehm ist, zupfe auch um die Narbe herum. Du spürst, wie die Durchblutung im Bauch steigt und es ganz warm wird. Zupfe abwechselnd links und rechts. Bleibe dabei ruhig und entspannt. Dein Atem fließt. Komme nun wieder mit beiden Händen auf deine Bauchdecke zurück. Spüre nach. Wie fühlt sich dein Bauch jetzt an? Atme wieder tief ein. Kannst du nun schon tiefer in deinen Bauch hinein atmen? Ist es leichter nun zu atmen? Spüre nach. Wie fühlt sich dein Bauch jetzt an? Ist es wärmer? Ist es weiter? Bleibe ganz bei dir. Schenke deinem Bauch deine ganze Aufmerksamkeit. Bedanke dich bei deinem Bauch für die wundervollen Dinge, die er täglich für dich leistet. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass du so bist, wie du bist. Denn so bist du optimal. Du bist ein Mama Bauch und das ist großartig. Es gibt keinen schöneren Bauch als einen Mama Bauch. Atme noch einmal tief und leicht ein und aus und spüre, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Bleibe ganz bei dir. Sei frei, dankbar und zufrieden. Bewahre dir dieses schöne Gefühl für dich und deinen Bauch. Atme noch einmal tief durch. Nun wird es langsam Zeit, wieder aufzustehen. Du streckst deine Arme und Beine. Du winkelst sie an. Du reckst und streckst dich ausgiebig. Öffne nun deine Augen und richte dich langsam über die Seite auf. Komm zurück in deinen Alltag und nimm dir viel Entspannung und Dankbarkeit mit. Dass du willst. Und deine Augen und glücklich. Und du bist ein Schuss. Und du willst du nicht schaffst, dass du glücklich bei dir bist. Auch die Zeit haben in deinen Alltag, in der gesehenen Aussprache, Bis zum nächsten Mal.